Liebe Grüne, ihr verhandelt am Wochenende. Aber das Klima, das verhandelt nicht. Unsere rote Linie für Jamaika, das Klimaschutzziel von minus 40 Prozent CO2-Ausstoß bis 2020. Wir sind noch sehr weit von diesem Klimaschutzziel entfernt. Das innerhalb von drei Jahren zu erreichen, das schaffen wir nicht mit Gebäudesanierung und Moorschutz. Das Einzige, was hilft, ist jetzt Kohlekraft abschalten. 20 Gigawatt Kohlekraft müssen bis 2020 vom Netz, damit das Klimaschutzziel noch zu erreichen ist. Ihr fordert gerade mal 10 Gigawatt und da dürft ihr jetzt absolut nicht drunter nehmen. Und zum Zweiten braucht es einen verbindlichen Ausstiegsfahrplan bis 2030, damit dann endlich Schluss ist mit dem ganzen Kohletrick. Liebe Grüne, wir wollen euch an diesem Wochenende kämpfen sehen. Und wenn ihr einen konsequenten Kohleausstieg nicht durchgesetzt bekommt, dann lasst Jamaika Jamaika sein und macht da nicht mit.